ESA Aerospace jetzt doch mit Livestream von Raketenstart. SpaceX baut Starship-Fertigung weiter aus und plant wöchentliche Starts mit der nächsten Generation Starship V3, bereits in den nächsten zwölf Monaten. Das Datum für Europas erste Marslandung ist da. ULA darf die neue Vulkan-Rakete fürs Pentagon fliegen. Die NASA bereitet sich auf Artemis 2 vor. Beschädigt das Cygnus Raumfrachter, bringt ISS-Frachtplan durcheinander. Europa hat einen Plan mit Budget für die Raketen-Startups und Deutschland begeht den Tag der Raumfahrt. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Wenn du das in Zukunft nicht verpassen möchtest, unbedingt abonnieren. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Wenn du dieses Video siehst, hat ESA Aerospace möglicherweise bereits Geschichte geschrieben. Die News erscheinen immer am Sonntagmorgen um 8 Uhr. Der Start der Spektrum-Rakete von ESA Aerospace ist für Sonntagmittag angekündigt. Also wenn du das hier siehst, schnell schauen, ob mein Livestream läuft. Das war nämlich die ganz, ganz große gute Nachricht letzte Woche. ESA hat unsere Bitten erhört und nun wird es doch einen offiziellen Livestream geben. Adrian ist mit NSF vor Ort und wird zusammen mit ESA den Start begleiten. Und wir dürfen auf Deutsch kommentieren. Vielen, vielen Dank an ESA, dass es nun doch einen Livestream geben wird. Und vielen Dank an das Team von NSF für das Bereitstellen des Streams. Die Woche ging spannend los. Am Montag, 24. März, da wurde die Spektrum-Rakete erfolgreich betankt und es gab mit Fotos und Texten Updates von ESA über den Zustand der Rakete. Das Betanken, das wurde am Montag komplett abgeschlossen und man schien weiter auf den Start hin zu arbeiten. Enttäuschungswarnung dann für uns schließlich am Montagnachmittag. Der Startversuch wurde wegen starker Winde abgebrochen und verschoben. Nach diesem ersten Startversuch am Montag gab es mehrere Ankündigungen für neue Versuche. Unter anderem für den Freitag, aber auch dann waren die Winde zu stark. Letztlich gut für mich. Ich hätte da in Berlin auf der Bühne gestanden. Aber immerhin hätte die Deutsche Raumfahrtagentur dann den Plan, in Berlin auf den Startstream zu gehen. Und ich hätte dann vor Publikum, unter anderem mit Matthias Maurer, Josef Aschbacher und Walter Pelzer, den Start kommentieren können. Auch wenn mich das schon gejuckt hätte, vor so hochkarätigem Publikum den Start zu kommentieren, freue ich mich jetzt total darauf, diesen vermutlich historischen Start mit euch zusammen zu erleben. Link zu meinem Livestream, den findet ihr unter dem Video. Die Spectrum-Rakete, die ist eine zweistufige Rakete mit 28 Metern Höhe und 2 Meter Durchmesser. Sie wurde über sieben Jahre hinweg vollständig in Eigenregie bei ESA Aerospace entwickelt und soll vom Andoja Spaceport in Nordnorwegen starten. Dieser Flug der markierten Wendepunkt für die europäische Raumfahrt, angetrieben von neun Akila-Triebwerken in der ersten Stufe und einem vakuumoptimierten Akila-Triebwerk der zweiten Stufe, nutzt die Spektrum flüssigen Sauerstoff und flüssigen Propan als Treibstoff. Absolutes Novum in der Raumfahrt. Warum diese Kombination keine schlechte Idee ist, das erfahrt ihr in meinem Video über die Treibstoffvergleiche am Beispiel Starship. Link unter meinem Video. Natürlich birgt ein Erstlug jetzt bei ESA immer Risiken. ESA Aerospace verfolgt jedoch einen realistischen Ansatz. Die Nutzer, das sind die Daten und wenn es vorzeitig enden sollte, wird man viel lernen. Dieses Launch, Learn, Repeat fand ich schön zu hören. Der Chef der Deutschen Raumfahrtagentur, Walter Pelzer, der sagt am Freitag, wir stehen an der Seite der jungen Firmen im Fall des Erfolgs, genauso wie bei einem Problem. Während wir gespannt warten, bleibt die Hoffnung, dass das Wetter mitspielt und ESA einen neuen Meilenstein in der europäischen Raumfahrt setzen kann und Deutschland auf einen Schlag in den stolzen Rang einer echten Raumfahrtnation befördert wird. Sollte der Start erneut verschoben werden, wäre das kein Beinbruch. Schließlich ist Geduld eine Tugend, besonders in der Raumfahrt, better safe than sorry. SpaceX möchte nach den letzten Rückschlägen wieder ein paar Zähne zulegen. Der Firmenchef verkündete am 23. März auf X, dass das Unternehmen intensiv am Starship V3-Design arbeitet. Das Ziel in etwa 12 Monaten wöchentliche Starship-Starts mit vollständig Wiederverwendbarkeit. Das würden bedeuten 100 Tonnen Nutzers pro Woche in den Starlink-Orbit. Währenddessen wird von SpaceX am Kennedy Space Center in Florida kräftig gebaut. Am 25. März, da wurden erste Spundwände für die Starship-Startrampe am SEC 39 installiert. SpaceX bereitet hier die Infrastruktur vor, um ab Ende 2025 auch von Florida aus Starship-Super-Heavy-Raketen starten zu können. Bereits zuvor hatte SpaceX ein Ausbauprojekt an der Roberts Road angekündigt, inklusive zwei neue Großhallen für die Starship-Produktion, sogenannte Gigabase. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir hat es eine Zeit lang gedauert, bis ich mein persönliches Gefühl von Männlichkeit gefunden habe. Fun fact, ich rasiere mich eigentlich seit der Pubertät nicht gründlich, weil mein Gesicht sich danach immer anfühlt und so aussieht wie eine Triebwerksbrennkammer von innen. Von Störtebecker habe ich jetzt mit dem Gentleman Essential Set alles für eine gründliche Rasur am Start. Natürlich ein Senkrechtstarter-Schwarz. Mit dem Rasierhobel Hamburg, Testsieger bei Stiftung Warentest, da habe ich mich als Wahlhamburger natürlich direkt identifiziert. Alles fühlt sich hochwertig an, durchdacht, modern, männlich. Ich habe wie gesagt das Gentleman Essential Set hier, perfekt auch zum Verschenken. Edelstahl, massive Qualität, null Plastik und absolut hautschonend und seitdem keine Hautirritationen mehr. Und das Beste, eine Klinge, die kostet nur 20 Cent im Gegensatz zu den 3 bis 4 Euro von Systemklingen. Für die Haare gab es das feste Shampoo von Störtebecker. Für mich als Mehrsichtigen war da die Wahl Easy Sea Breeze. Riecht mega und macht die Haare nicht strohig, sondern angenehm weich. Keine Seife, sondern ein richtiges Shampoo, aber eben ohne Plastikumverpackung. Auf sein Äußeres zu achten ist für mich total männlich. Schließlich ist mein Körper der Tempel meines Geistes. Mensana in Corpore Sano. Wenn ihr das Barbershop Feeling für zu Hause selbst ausprobieren wollt mit meinem Code senkrechtrasur, bekommt ihr 20% auf das gesamte Sortiment von Störtebecker. Findet ihr auch unten in der Beschreibung. Kommen wir zu den Starts der vergangenen Woche. Am Montag, 24. März, da startete eine Falcon 9 von Cape Canaveral. Die Mission Enrol 69, die transportierte einen geheimen Militärsatelliten vom Pentagon. Ich habe es leider nicht live gesehen, aber viele Leute auch in Deutschland konnten ein Himmelsphänomen beobachten, das mit dem Raketenstart zusammenhing. Ein leuchtender, rotierender, heller Wirbel. War auch gut über Deutschland zu sehen. Hop AR, den ihr vielleicht vom Space Creator Day kennt, hat das Phänomen sogar aus Mailand gesehen. Das Ganze lässt sich auf die Passivierung der Oberstufe zurückführen. Dabei werden die Tanks komplett geleert, was eine Rotation der Oberstufe auslöst und dann gleichzeitig dieses Spiralmuster erzeugt. So gut sichtbar war das Ganze, weil der Treibstoff dann Eis gebildet hat, was dann von der gerade erst untergegangenen Sonne angestrahlt wurde. Also ein klassisches Zwielichtphänomen. Die Oberstufe ist danach kontrolliert im Indischen Ozean südöstlich von Madagaskar runtergekommen. Am Mittwoch, 26. März, da startete eine Elektron von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland an Bord acht Forest 2-Satelliten für das Münchner Startup Aurora Tech. Die Satelliten dienen der Erkennung von Waldbränden und unterstützen die Einsatzkräfte bei der schnellen Identifizierung von Feuerausbrüchen. Während Europa mit der Spektrum von Isar vielleicht in den nächsten Tagen den ersten Micro-Launcher bekommt, liefert Rocket Lab bereits seit Jahren ab und zündet mit Aurora Tech den Turbo. Gleich acht Satelliten für die Waldbrandüberwachung schoss Rocket Lab am 26. März auf 550 Kilometer Höhe. Vorher kreisten gerade mal drei Aurora Tech-Satelliten um die Erde. Jetzt sind es elf. Das heißt, bessere Daten, schnellere Reaktionen, weniger verbrannte Erde. Insgesamt soll die Konstellation von Aurora Tech einmal aus 80 Satelliten bestehen. Aurora Tech beweist so durchaus, dass sich deutsches Know-how nicht hinter dem aus den USA verstecken muss. Die Kanadische Raumfahrtagentur in Griechenland, die pumpt Millionen in die Münchner Firma. Waldbrände sind kein Nischenproblem mehr, sondern globaler Notfall. Wer heute schnelle Antworten sucht, der findet sie heute unter anderem bei solchen kompakten Cube-Set-Konstellationen. Schnell entwickelt, schnell gestartet, schnell einsatzbereit. Klar, bei allem Hype darf man nicht vergessen, eine Konstellation aus Mini-Satelliten ist jetzt kein Allheilmittel, aber sie ist eine verdammt effiziente Antwort auf immer häufiger werdende Feuerkatastrophen. Die schnelle Startfolge der Elektron in letzter Zeit zeigt auch, Rocket Lab hat seine Hausaufgaben gemacht. Über 20 Starts plant das Unternehmen alleine in diesem Jahr. Letztes Jahr ist die Elektron 14 Mal gestartet. Das ist fast fünf Mal so häufig wie im Jahr 2024 alle europäischen Raketen zusammen. Auch China ist letzte Woche gestartet. Am Mittwoch, 26. März, da startete eine lange Marsch 3BE von Xiqcheng. Die Mission, die beförderte den Tianlin-204-Satelliten ins All, zur Verbesserung der Kommunikationsinfrastruktur von China. Auch am Mittwoch, 26. März, da startete SpaceX mit einer Falcon 9 von Vandenberg eine weitere Ladung Starlinks. Und wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, dann sollte am Samstagabend, 29. März, eine lange Marsch 7A von Wencheng gestartet sein. Der Zweck der Mission, der ist mir noch nicht bekannt. Ich hatte schon darüber berichtet, der eigentlich nächste Cygnus-Raumfrachter von Northrop Grumman für die ISS, der hat ein Problem. Das Versorgungsmodul, oder besser gesagt, der Druckkörper, der wurde beim Transport beschädigt. NG-22 fliegt nicht zur ISS. Northrop Grumman versucht natürlich zu retten, was zu retten ist und prüft, ob man den beschädigten Druckbehälter vielleicht später noch nutzen kann. Die NASA scheint skeptisch, aber optimistisch genug, um das zu prüfen. Zur Sicherheit wurde die Frachtliste der nächsten Dragon-Missionen von SpaceX bereits angepasst. Weniger Experimente, dafür mehr Verpflegung. Northrop Grumman zieht nun den Zeitplan für den nächsten Frachter vor und will NG-23 schon im Herbst starten. Bleibt nur zu hoffen, dass diesmal auf der Kiste steht. Vorsicht, zerbrechlich. Apropos Flüge zur ISS. Die NASA hat die Besatzung für die Mission Crew-11 bekannt gegeben. An Bord der Crew Dragon, deren Start nicht vor Juli 2025 stattfinden soll, werden Kommandantin Sina Cartman von der NASA, Pilot Mike Finke, auch NASA, und Missionsspezialist Kimia Yui von der JAXA und Missionsspezialist Oleg Platonow von Roscosmos zur ISS fliegen. Cartman und Finke wurden von anderen Missionen Crew-9 und Starliner auf Crew-11 umgruppiert, um die Missionsplanung der ISS optimal zu unterstützen. Apropos Crewflüge, der erste Crew-Mondflug seit über einem halben Jahrhundert fiel ein längst überfälliger Schritt. Und genau dieser Schritt, der wird immer wahrscheinlicher. Die Hardware für Artemis II ist komplett und wartet nur noch auf den finalen Zusammenbau, der in Teilen bereits abgeschlossen ist. Die Erststufe und die Feststoffbooster sind bereits integriert. Es folgt die Oberstufe und schließlich das Orion-Crew-Modul mit dem European Service-Modul. Das Orion-Modul wird dann zum ersten Mal Menschen fliegen. Damit die dann auch nach ihrem Flug zum Mond und sicherer Landung im Pazifik heil nach Hause kommen, wurde bereits im Februar erneut die Wasserung und das Bergen trainiert. Das erste Artemis-Abenteuer war noch ohne Crew, eine Art Generalprobe. Aber jetzt, da kommen echte Menschen ins Spiel und hier trennt sich dann die robotische Spreu vom astronautischen Weizen. Die Artemis II-Mission, die entscheidet darüber, ob NASA wieder ernsthaft im Rennen ist, und zwar gegen China. Nach langem Hin und Her meldet sich ein wichtiger Launcher-Player auf der Bühne zurück. Die Vulcan Centaur von ULA darf jetzt offiziell die extrem teuren Nutzlasten für das Pentagon starten. Nach jahrelangen Verzögerungen und einigen technischen Bauchschmerzen hat die US Space Force am 26. März endlich das Siegel Qualified for National Security Payloads auf die Vulcan gedrückt. Zertifiziert, fertig, Vulcan darf nun offiziell nationale Sicherheitsmissionen durchführen. Dabei sah es im Oktober letzten Jahres kurzzeitig nach Riesenkrise aus. Beim zweiten Flug der Vulcan, da verabschiedete sich nur 30 Sekunden nach dem Start die Düse eines Feststoffboosters, spektakulär, und dann Richtung Erde. Doch Vulcan blieb cool, sie kompensierte den fehlerhaften Schub elegant und beendete die Mission trotzdem erfolgreich. Ursache war ein banaler Fertigungsfehler, ärgerlich, aber lösbar. Der Booster-Hersteller Northrop Grumman hat inzwischen nachgebessert und bei Tests bewiesen, dass die Booster halten, was sie versprechen. Tor Bruno, Chef der ULA, feiert die Zertifizierung natürlich entsprechend euphorisch, benutzt aber gleichzeitig die nächsten Herausforderungen. Zwölf Starts sind allein für dieses Jahr geplant, darunter Amazon-Satelliten und zwei Space Force-Missionen US-106 und US-87. Bis Ende 2025 sollen zwei Starts pro Monat Standard sein. Ob ULA das schafft, wird spannend, denn eins ist klar, SpaceX hat die Messlatte bereits verdammt hochgelegt. Die Falcon 9, die startet durchschnittlich alle drei Tage. Die europäische Mars-Mission ExoMars bekommt neuen Schwung. Nachdem im letzten Jahr Thales Alenia als Hauptauftragnehmer für die europäische Mars-Mission ausgewählt wurde, hat Airbus Defense & Space nun bekannt gegeben, dass Airbus die Landeinheit bauen soll. Ursprünglich sollte dieser Part von Russland übernommen werden, doch wegen des Ukraine-Kriegs wurde die Zusammenarbeit gestoppt. Gebaut werden soll die Plattform im britischen Stevenage, wo auch der Rover selbst gefertigt wurde. Geplant ist der Start für 2028 und die Landeinheit übernimmt dann die heiklen letzten Teile des Abstiegs auf die Mars-Oberfläche, inklusive Bremsmanöver und dem Ausfahren der Rampen, über die dann der Rosalind Franklin Rover auf den Mars rollen kann. Wenn erfolgreich wäre, ist die erste propulsive Landung für Europa auf einem anderen Himmelskörper. Eines der wissenschaftlichen Ziele von ExoMars, Spuren von früherem oder sogar aktuellem Leben auf dem Mars finden. Der Rover kann bis zu zwei Meter tief bohren, so tief wie kein Marsfahrzeug vor ihm. Die ESA will es jetzt wissen, mit knapp 170 Millionen Euro will die ESA beim Thema Launcher nun Startups und Platzhirsche aus der Reserve locken. Das Ziel ist klar, endlich raus aus der Zuschauerrolle und rein ins große Rennen um bezahlbaren Zugang ins All. Zugegeben, den Vorsprung von SpaceX, den hob man nicht über Nacht ein, aber irgendwann muss man ja anfangen. Das bisherige Geo-Return-Modell, bei dem jedes Mitgliedsland Artic für seinen Beitrag Aufträge bekam, was offensichtlich nicht zu den günstigsten Lösungen geführt hat, scheint damit zumindest im Launcher-Bereich Geschichte zu sein. Geld soll es nur für echte Innovation, nicht für politische Gutmütigkeit geben. Das klingt nicht nur vernünftig, sondern ist längst überfällig. Während Europas Ariane 6 und Vega C mit Fähigkeiten der 80er Jahren für die europäischen Startbedürfnisse von 2014 entwickelt wurden, ist die Raumfahrt 2025 ja einfach woanders. Für Europas Raketenbauer wird es jetzt richtig ernst. Jetzt heißt es performen und wettbewerbsfähig anbieten. Die ESA hat verstanden, dass es kein Weiter-so geben darf. Die Frage ist nur, ob die Mitgliedsstaaten diesmal nicht wieder an ihrer eigenen Sparsamkeit oder vermeintlichem Schutz der eigenen Industrie scheitern. Genau über diese Themen, da konnte ich auch mit dem Generaldirektor der ESA, Josef Aschbacher und dem Chef der Deutschen Weltraumagentur, Walter Pelzer, sprechen. Auf dem Tag der Raumfahrt am 28. und 29. März, da öffneten deutschlandweite Raumfahrteinrichtungen ihre Türen und präsentierten ihre spannendsten Themen. Ich durfte die Eröffnungsveranstaltung in Berlin moderieren und konnte unter anderem mit der Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt sprechen. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. Ich bin hier in Berlin vor dem Quoturium. Hier ist der Tag der Raumfahrt heute eröffnet worden und ich stehe hier mit der Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Anna Christmann. Raumfahrtbegeisterung, wir haben heute ganz viele begeisterte Kinder gesehen, die für Raumfahrt brennen. Da geht einem das Herz auf, oder? Absolut. Und das war genau das, wie wir es uns vorgestellt haben mit dem Tag der Raumfahrt. Deswegen bin auch ich heute wirklich begeistert. Der Gedanke war ja, Raumfahrt überall hinzubringen, an die Schulen, dass die Sternwarten nochmal Aktivitäten machen. Deswegen der Wettbewerb. Und jetzt heute zu sehen, was wirklich die Schulen auf die Beine gestellt haben. Von kleinen Filmen, von wirklich ja auch Aktivitäten, wo Signale zum Mond geschickt werden und zurück. Und wie begeistert die Schülerinnen und Schüler da alle dabei waren. Das war wirklich großartig. Und da denke ich, da war es genau die richtige Idee, den Tag der Raumfahrt durchzuführen. Und ich fand es auch so cool, weil man so richtig merken konnte, von wegen, dass es so Kreise geschlagen hat. Also entweder es war ein engagierter Lehrer, der das Projekt gestartet hat oder so. Und dann waren ein paar Schüler dabei und dann wurden es aber immer mehr. Und das ist halt, was ich immer so denke, was Raumfahrt halt hat, diese Energie, Leute zu begeistern. Und ja, für schwere Themen. Ja, und es ist natürlich genau richtig, dass es schon jung anfängt, dass die Kinder das früh kennenlernen und auch eine Vorstellungskraft von Raumfahrt entwickeln. Weil wir haben ja häufig die Schwierigkeit, dass man mit Raumfahrt irgendwie was sehr Abstraktes ist. Und dann sieht man nur die Raketen und weiß aber nicht so richtig, wofür das eigentlich alles da ist. Und wenn die Kinder jetzt so früh das schon miterleben, dass es wirklich was zum Selbermachen ist, dass man selber eben Signale senden kann, dass man eine Vorstellungskraft entwickelt, auch für die Bedeutung der Erde. Das eine Projekt hat ja irgendwie alternative Planeten entwickelt. Also nach dem Motto, wenn wir auf der Erde nicht mehr leben können. Also alles das, was Raumfahrt umfasst, das dort schon so plastisch zu machen, ist, glaube ich, jetzt schon ein toller Erfolg. Und das ist ja vielleicht auch Raumfahrt. Wir haben den Tag der Raumfahrt, aber Raumfahrt haben wir im Prinzip im alltäglichen Leben jederzeit. In deiner Funktion als Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt. Was hast du da kennengelernt, wo du vorher vielleicht noch nicht wusstest, dass das so einen krassen Einfluss ist, was jetzt so eines deiner Lieblingsbeispiele ist für Raumfahrt? Also eines meiner Lieblingsbeispiele ist tatsächlich immer die Waldbranderkennung aus dem All. Weil es auch eines der ersten Projekte war, das ich irgendwie in meiner Rolle kennengelernt habe. Und ich finde das so sehr plastisch. Es ist ein Problem, das haben wir auf der Erde auch ein bisschen durch eigenes Verschulden immer mehr. Die Brände werden häufiger. Und dann gibt es aber ein Unternehmen, das jetzt das ermöglicht, aus dem Weltall ganz frühzeitig das schon zu erkennen und möglichst Waldbrände zu vermeiden. Und so können wir ganz viele Dinge eben aus dem Weltraum erkennen und unseren Planeten schützen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Manche denken immer, Raumfahrt, all die Treibstoffe, die da verbrannt werden, das ist doch irgendwie auch eine schlechte Sache für den Planeten. Aber auf der anderen Seite ist der Nutzen so viel größer zum Schutz unseres Planeten. Und das auch als Botschaft rauszubringen, ist auch unser Anliegen. Anna, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und euch wünsche ich ganz viel Freude mit der Raumfahrt. Der Tag der Raumfahrt, der soll einem möglichst breiten Publikum zeigen, wo in Deutschland Raumfahrt gemacht wird und warum sie für uns hier und jetzt, aber auch für unsere Zukunft so entscheidend ist. Unter anderem öffneten die Raumfahrtagentur in Bonn und das DLR in Köln ihre Pforten. Ich war ja letzte Woche in Luna in Köln und hier für euch der Hinweis, dass die ungekürzte Fassung meines Besuchs für die Schutzengel schon zu sehen ist. Dass ich solche Außeneinsätze überhaupt durchführen kann, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter Schutzengeln, also allen Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn auch du dabei mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum aktiv für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankschön gibt es ja alle meine Videos ab und ohne Werbung. Wir kommen zu den Starts der kommenden Woche. Isar Aerospace ist noch nicht gestartet, wenn dieses Video erscheint. Aktuell ist der Start für Sonntagmittag, 30. März geplant. Ursprünglich sollte es keinen Livestream geben. Nun aber macht NSF die englische Startberichterstattung und ich darf deutsch streamen. Link ist unter dem Video. Vielen, vielen Dank an Isar und NSF, auch im Namen der gesamten Space Community, die auf dieses Startereignis hingefiebert hat. Weiteres Highlight diese Woche, der Start der ersten deutschen Frau ins All, Rabea Rogge. Am Dienstag, 1. April, kein Scherz, öffnet für uns leider eklig früh um 3.47 Uhr MESZ, also nach der Sommerzeit schon, das Startfenster für Fram 2. Die Mission, die wird über die Polarregion gehen, ein historischer Meilenstein in der Raumfahrt mit Crew. Werde ich natürlich live streamen, auch wenn die Uhrzeit für uns hier in Deutschland sehr bescheiden ist. Wem das zu früh ist, am Dienstagmorgen um 7 Uhr werde ich den Start live auf NTV zusammenfassen. Auch am Dienstag, 1. April, startet eine lange Marsch 2D von Jingquan. Die Nutzlast, die besteht aus einem Technologiedemonstrator, der innovative Sensortechnologien erproben soll. Am Mittwoch, 2. April, da startet eine Falcon 9 mit Starlings von Vandenberg. Und am Donnerstag, 3. April, da startet eine lange Marsch 6 von Taijuan. Die Nutzlast, die ist mir nicht bekannt. Ja, und der Wochenabschluss dann voraussichtlich. Am Samstag SpaceX mit Falcon 9. Die Nutzlast sind Starlings-Satelliten. Gestartet wird von Vandenberg. Kleiner Reminder, mit meinem Code senkrechtrasur bekommt ihr 20% bei Störtebäcker auf alles. Findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Die Raumfahrt ist verdammt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo. 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 Dein Mo.